Leute, es gibt richtig geile Informationen zu Apex Legends, wenn wir den Leaks Glauben schenken könnten. Und die haben einen gewissen Grund, denn wie viele andere Spiele, werden die Spielerzahlen von Mal zu Mal auch in Apex Legends immer weniger. Die Hardcore-Community wird auch immer kleiner und es ist schwierig, alte Spieler zurückzuholen. Und es gibt verschiedene Spiele wie Fortnite oder auch Warzone, die mit gewissen Änderungen im Spiel dafür gesorgt haben, dass viele Spieler wieder zurückkommen für eine längere Zeit, bis dann schlussendlich alles wieder abgeschaltet wird, was eben gerade verändert wurde. Es geht um die OG-Maps. Fortnite hatte vor kurzem einen Riesen-Hype, weil die Original-Maps zurückgekommen sind. Wie genau das aussah, wie lange das war, weiß ich leider nicht. Fortnite hat nie gespielt und so soll es wohl angeblich auch laut Leaks in Apex Legends passieren. Wir hatten es schon mal, es gab ein Event, wo wir die Original-Kings Canyon-Map für zwei Wochen spielen konnten. Das wird jetzt die OG-Spieler von damals nicht zufriedenstellen und wahrscheinlich auch nur für einen kurzen Moment zurückbringen. Deswegen hoffe ich, wenn das wirklich passiert, es gibt auch das Gerücht, dass Richtung World's Edge und dem guten Zug, der da immer schön über World's Edge gefahren ist, die Original-World's Edge-Spieler, die werden sich erinnern. War lange Zeit so, ich weiß gar nicht, wann das abgestellt wurde, wo dann World's Edge so hart verändert wurde, dass der Zug einfach quer über der Map irgendwo verteilt ist mit den verschiedenen Waggons. Ob das jetzt unbedingt mit dem Holobash-Event zusammenhängt, was ja letztes Jahr einfach mal ganz frech ausgefallen ist, obwohl es einer der beliebtesten Events der letzten Jahre war, ob das mit dem Holobash-Weihnachts-Event zusammenhängt, das kann ich aktuell nicht sagen. Aber es kann auch sein, dass die Original-Version von World's Edge zurückkommt, da ist natürlich wieder der Zug am Start. Aber speziell Kings Canyon wäre richtig geil, wie gesagt, wir hatten es schon mal und ich stelle es mir einfach so vor und das ist einfach, dass Respawn und EA haben erkannt, dass andere Spieler auch bei Call of Duty Warzone irgendeine Battle-Royale-Map kamen da zurück und da war ein Riesen-Hype. Auch Warzone bin ich nicht so wirklich versiert, genauso wie in Fortnite kam ein Riesen-Hype, die Originalspieler kamen viele, viele zurück für einen längeren Zeitraum. Es war glaube ich bei Fortnite genauso, dass die OG-Map nicht nur für ein kurzes Event zurück war und so macht es nur Sinn, dass wenn wirklich die OG-Maps zurückkommen, dass das nicht nur für zwei Wochen passiert, sondern dass es vielleicht in Season 22 oder 23, keine Ahnung wann, einfach so kommen wird, dass wir vielleicht einen ganz normalen Spielmodus haben. Solos, Duos, Trios, Quads, keine Ahnung, das wird sowieso nie alles fest drinne bleiben, wir haben unsere feste Map-Rotation mit den Maps, so wie wir sie kennen, so wie sie über die Zeit, über die Seasons verändert wurden und das ist vielleicht parallel dazu. Hoffentlich bitte nicht in der Mixtape-Variante, weil das nervt nur, wenn wir jedes Mal Wochen oder Stunden oder Tage warten müssen, bis irgendwas Geiles gerade aktiv ist, auf was ich Bock habe, dass wir vielleicht noch eine Ausweich-Playliste haben, OG-Playlists für die Maps. Das wäre einfach eine absolut kranke Änderung, die Apex nur gut tun würde und das könnte die Hardcore-Player-Base vielleicht wieder ein bisschen vergrößern, ob das jetzt die Lösung dafür ist, dass Apex vielleicht endlich wieder geilere Zahlen schreibt in Spielerzahlen und keine Ahnung. Man weiß es nicht, aber ich würde es feiern, die Original-Kings-Canyon-Map war einfach die geilste, weil ich von Tag 1 an dabei bin, auch World's Edge und Olympus waren von Tag 1 an geile Maps. Über die anderen beiden Maps möchte ich jetzt nicht so sprechen, das sind einfach nicht die Favoriten der Mehrheit, das weiß ich einfach, das ist eine Tatsache. Ansonsten gibt es am Dienstag noch ein Video, ein Ankündigungsvideo, es wird eine Verlosung geben. Was es zu verlosen gibt, kann ich jetzt noch nicht sagen, freut euch drauf, das ist auf jeden Fall was Geiles, hat nichts mit Aim-Controller zu tun, es hat was mit Apex zu tun, ganz, ganz wichtig. Also, freut euch drauf, das Video wird morgen nach 19 Uhr irgendwann online gehen und im Laufe der Woche wird es dann was Geiles zu verlosen geben. Lasst euch einfach mal überraschen, was das sein wird. Das war es von mir, bis zum nächsten Mal rein, ciao.